hallo ihr quirlinge weiter geht's mit jackson edx 2 und unserem neuen gefolgsmann falk der sich uns erneut angeschlossen hat wir waren hier zuletzt in der bastion um ein paar dinge zu regeln ich habe stärke und konstitution gesteigert habe jetzt vier lernpunkte übrig was ginge denn noch was könnte wir dann von den attributen her noch steigern das nächste was mir wichtig wäre oder was interessant fände sagen wir mal so wäre hier das ganze überlebenszeug regeneration da braucht der konstitution aber 60 für na super extra lebenspunkte das ginge hingegen tränke sind effektiver ist auch nicht schlecht die beiden würde ich vielleicht mal holen als nächstes ich mein lernpunkte mäßig muss man ja mal das auch so sehen wir haben ja hier vier große elex tränke das sind vier lernpunkte das sind 18 attributs punkte dass wir sind 5000 erfahrungspunkte die schluck ich alle mal wenn es mal irgendwann notwendig ist und hier die modifikator das muss man es auch noch mal genauer anschauen das hier ist der härte modifikator mehr gesundheit mehr ausdauer was aber dann noch so geschicklichkeit erfahrener heger das brauchen wir nicht das hier auch nicht ich glaube das ist schon das beste was wir gerade haben und der modifikator dass der da oben am kragen naja plus zehn geschicklichkeit und erfahrener jäger plus zehn geschicklichkeit brauchen wir glaube ich sonst den bogen den ich habe nicht benutzen kann oder gucken wir mal inventar ich bin zu diesem bogen der braucht geschicklichkeit 72 ich habe 76 aber eigentlich nur 66 naja also kann ich das gar nicht ändern ich kann gar nicht frei irgendeinen modifikator an mir ans revere heften den ich gerne hätte sondern muss den nehmen der da auch am meisten nutzt das ist der modifikator genau und das ist die spezialisierung das habe ich falsch gesehen also die spezialisierung hat geschicklichkeit da haben wir irgendwie nichts besseres das können wir verkaufen wenn es aber doppelt und hier der modifikator ist der da geschicklich außer aber und gesundheit nur ausdauer 10 und 10 resistenzen verschiedener art stärke geschicklichkeit ja gut wir könnten den dran tun dann könnten wir den weg tun weil haben wir immer noch die plus geschicklichkeit und ich könnte eine andere spezialisierung mir besorgen aber welche sollte das sein erfahrene jäger haben wir schon stärke bräuchte ich nicht schlösser klacken wir ja auch nicht klauen das ist ja das einzige was auch interessant wäre ich glaube dass die kombination ist momentan immer noch die beste die wir da haben na gut so gesehen kann es ja weitergehen es ist mir klar dass es dunkel wird wobei weiß ich gar nicht der bastion rollenspielerisch gesehen würde jacks jetzt hier schlafen und fall kann sich mal ein bisschen mit der situation hier vertraut machen er ist ja erst vor kurzem oder zum ersten mal hier jetzt vor ort gewesen brillen wechsel und ab in die haja ach so eine bremsrakete kann einsetzen da ist irgendwie eine letzte episode aus versehen gezündet ach so da mal was machen ne da geht nicht brauchen wir vier und oben brauchen wir auch vier ach das geht lange nix die kartenteile die wir gefunden hatten die hängen alle schon da dran das habe ich oft bewerkstelligt und hier kommt bremsrageten einsetzen eins genau so hier haben wir nichts vier bremsrageten ich habe jetzt hin gut nacht du kannst wach halten ok wer weiß wie lange das noch gut geht ach das geht lange gut glaubt mir wir machen jetzt die erkundung des stahlwerks und irgendwann könnte es sein dass uns zwischendurch falk anspricht mit seiner nächsten quest aber sehen das alte eisenwerk so heißt es und da ist das gute stück ich habe die richtige brille auf und wir gehen einfach rein wir haben ja irgendwie ein zaun drumherum der definiert unsere erkundungsfläche genau das an der und quadratische plan quadrat költener teller schon wieder mann mann wer hat keinen költener teller in seinem kofferraum oder seine hut ablage so wir haben hier irgend so eine art hof wir gucken uns den rechten teil zuerst an wo die wirklichen gebäude sind der linke teil da sind so ja so und so ein güterbahnhof so ein werksbahnhof weniger interessant aber der parkplatz der ist noch längst nicht abgeräumt und ich hoffe auf wie heißt du laser gewehr genau ich hoffe auf beschädigte laser gewehre und auf beschädigte großbögen ich bin sicher beides nicht zu finden weil die offenbar sehr sehr selten sind aber mal gucken das waren kreischer das war zum warm werden also für ihn zum kalt werden aber für jack zum warm werden wie lange die halbwertszeit einer solchen fabrik wohl unter normalen umständen war es gibt keine normalität nicht mehr du meinst die antwort auf meine frage ist unmöglich zu bestimmen nein aber zerbricht ihr lieber über sinnvollere dinge den kopf liegt da oben was nein aber wir haben einen überblick das sind auch noch gebäude tatsächlich aber hier ist die größte werkhalle und da hinten noch mal so eine art da höheres gebäude oder hochofen drin ist keine ahnung ob sie daran gedacht haben einen reinzubauen hier die piranjas wobei mit eisenwerk meint man damit auch ein dingo hat eisen geschmolzen wird oder stahl das ist ja eigentlich ein stahlwerk kein eisenwerk das ist also ein bisschen undurchsichtig bisher ist es außergewöhnlich ruhig hier drin energieriegel ja da wurde eisen geschmolzen mit energieriegel lex und krempel hier oben lagen irgendwelche pfeiler und da ist eine tour echt keiner da hat sich keiner eingenistet seltsam störungsmeldung nachricht an den techniker dosenverschlussmaschine an station 4 defekt ersatzteile sind schon vor ort bitte umgehend reparieren dosenverschlussmaschine treibstoff das hilft hier ist eine mordkontur schweres was das ist was drin so die drei gehen schon mal geht immer noch okay das war wohl nichts das ist denkbar einfach zu einfach ja da gebe ich dir sogar recht ein gelber stein elixit lebensaft die schnippsend nutze ich sowieso nicht und beschädigte schlachtachse ein bisschen wenig für eine schwere truhe hat man ja in mancher mittleren truhe schon irgendwie was besseres gefunden habe ich den eindruck macht sinn aufs dach zu fahren brille sagt eigentlich nein wir machen es trotzdem okay wer war das ja die reisenden händler der ist gerade hier der mir gerade die weggeballert wem denn also drachenechse ich verstehe ja das vielzeug kann nerven auf dem hier war ich drauf ne war ich nicht aber da ist nix wie die brille angekündigt hat ist ja gar nichts hit nummer nicht also die größte werkshalle ist leer gewesen bisschen krempel aber keine besonderen dinge eine kleine nachricht das war's energie brühe das ist ein attributspunkt naja fenster von oben die sandsäcke sind wohl post apokalyptisch ganz sicher sogar jetzt hier mal ärger gab ist der ärger aber schon lange gegangen warum man das 1 befestigen musste lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen komme ich da eigentlich rein ja also dieses ding war mal relativ gut befestigt vielleicht hören wir ja noch irgendwas audiologs oder notizen warum das hier so gewesen ist vielleicht war kurz nach der apokalypse hier irgendwie ein eine militärische stellung ein safe sehr gut also 4 ist größer als 2 größer als 1 kleiner als 5 gut 5 es geht ja nicht 8 größer als 5 größer als 6 also 9 8 7 kann gar nicht sein aber das stimmt ja gar nichts mehr also 8 größer als 7 größer als 0 kleiner als 5 das ist doch nicht so schwierig da stimmt doch was nicht also es ist 8 5 0 7 oder was 7 5 0 8 der sollte da drauf kommen man geht doch äh ich bin ein bisschen ein bisschen unwarm im moment was saves angeht offensichtlich hoffentlich finden wir bei den nächsten das ist gar nicht so schlechten macht modifikator für den nahkämpfer ist das gar nicht so übel äh das kettenschwert naja das ist ein hinterhof aber ja richtig wobei das ding hier sieht aus als wäre es irgendwie nicht mehr so wie das mal gedacht war ursprünglich das ist das wichtig für permanente tränke wenn ich sie mal irgendwann brauchen möchte da liegt ein zettel notfall anweisung ruhe bewahren notruf an die 722 absenden unfallstelle sichern erste hilfe leisten eigene sicherheit beachten gefährdete person mitnehmen gekennzeichneten flucht wegen folgen das war so eine art lager erscheint es mir fehlt noch dieses größte also im sinne von höchste gebäude die betten sind wahrscheinlich erst nach der apokalypse hin geschafft worden warum sollten hier betten stehen ja gar keine sanitäreinrichtungen naja ventilator gut wir haben die geschlafen die hier irgendwie diese stellung gehalten haben was damit auf sich hat wissen wir aber noch nicht jetzt haben wir wieder zweimal treibstoff gefunden wenn ich den ins jetpack einsetze dann könnten wir es nochmal mit dem höchsten hochhaus in thompson town probieren in der episode denn seit ich da mal nicht hoch kam habe ich auch schon weitere drei treibstoff eingefüllt und ist nochmal zwei oben drauf das müsste dann eigentlich reichen so der nächste tresor hoffentlich geht es ein bisschen besser vier ist kleiner als fünf ist größer als drei kleiner als sechs ähm zwei kleiner als vier ist größer als eins kleiner als sieben ok ähm hinten zwei vier wollte ich mal sagen acht kleiner als neun größer zwei kleiner vier ha geht doch jetzt bin ich warm dosenfleisch geld und titanbecher naja hier haben wir auch ein dach richtig hier haben wir ein dach und hier gibt es ein dach ich finde seltsam dass hier in diesem wo man doch noch intakte gebäude hat was man relativ leicht verteidigen kann dass hier keine fraktion einen posten unterhält das finde ich das finde ich hochgradig fragwürdig sollte sich doch alle darum streitlich hier diese stellung halten zu können ich meine es ist ja auch noch fruchtbares gebiet es ist nicht zu warm nicht zu kalt was wasser licht felssiebellen zum frühstück ist doch alles wunderprächtig so dann sammeln wir mal dieses insekt ein und gucken uns die andere seite hier an ach ja der hat sich jetzt echt verbuddelt der hat sich wirklich verbuddelt dieses mist stück ich sehe dich du arsch wo bist du ey komm da raus ich hab keinen bock auf deine scheiß Kindergartenspiele jawoll kein Huhn treffen das gibt Zerstörung oi 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 gut Falk das hast du fein gemacht ja und du guckst doch in die Kamera das war nervig das Vieh soo hier der nächste Schrott das nur irgendwelche Tanks oder Silos viel Gangway aber wenig was einen zweiten Blick lohnt naja ich könnte mir vorstellen dass dieses Stahlwerk noch später wichtig wird ich ich Story mäßig bin ich ja äh weniger als in Slowmotion unterwegs ja das ist ja der Kriechgang also die Kriechgang Variante des Schnecken äh der Schneckengeschwindigkeit jetzt mal das Schneckengang? nein naja ihr wisst was ich meine ich könnte mir vorstellen dass hier noch was passiert weil dieses riesen Ding zu bauen und dann ist hier in Anführungsstrichen nix drin das glaube ich nicht ich glaube da wird noch was passieren das hier war wohl boah mit Glasplatte aber es ist total unangenehm mit so einer Glasplatte weil es ist schweinekalt hat die Unterarme wenn ihr nicht lange ja unterwegs bist so hier dreckiger Rechnungsbeleg 1500 Einheiten Konservendosen 1200 Einheiten Versiegelungsscheiben 900 Einheiten Schraubverschlüsse 1414 Sprühkäse nein das habe ich dazu erfunden und Rechnungsbetrag bitte innerhalb der nächsten 14 Tage überweisen Oh eine Konsole Oh Neue Mission Tetrian doch Ach wo war denn das? Das war doch aus irgendeinem anderen Spiel äh hier von Pianerbytes das Passwort das war irgendwie Rissen äh Rissen 2 oder 3 irgendwas oder? Das war nichts Funktioniert nicht Okay also wir brauchen hier das Passwort für eine Konsole das ist interessant äh das guck ich mir mal hier an da Caracas ich brauche einen bestimmten Code um herauszufinden was hier versteckt ist wir brauchen einen Prototypen aha gut kriegen wir hin Achso die Konsole macht dann den Save auf nehme ich an weil ich den Save gar nicht äh anklicken kann ne das ist verständlich ich nehme mal nicht an dass wir den Prototypen hier finden ne das wäre ja irgendwie zu einfach so ich kam daher genau hier oben ist noch so eine Rohrbrücke ah ja die geht zu diesem Gebäude unter anderem das schaue ich mir auch an da hinten fängt ein Blutkralle fliegen oder was auch immer sie da tut wo ist hier die Tür wo ist hier die Tür Anordnung die letzten Rechnungsbelege und Lieferscheine werden bitte schnellstmöglich und ordnungsgemäß einsortiert die Revision ist nächste Woche im Haus und prüft alle Unterlagen ich möchte nicht noch einmal eine Strafe zahlen müssen weil die Papiere unsachgemäß eingeordnet wurden um die Kassenbücher habe ich mich höchstpersönlich gekümmert Bolzen der Schrott liegt draußen im Container der kommt dann gleich ah hier noch mehr Treibstoff ja ja das wird das mit dem Hochhaus der Tresor ist hackbar so 5 ist größer als 3 ne es ist kleiner als 6 natürlich ist größer als 3 ist kleiner als 7 5 ist kleiner als 7 ist größer als 2 ist kleiner als 6 kann auch 0 dazwischen kommen ja geht doch das geht für wahr aber hier ist natürlich auch kein Prototyp drin das hatte ich auch nicht erwartet Intenatoransau wow schrott gut naja gut der verschwindet wieder oh leg dich hin wir waren jetzt in dem kleinen Häuschen jetzt haben wir hier das nächste hier wurde wieder was gearbeitet nichts in welchem Büro nebenan das sind alles Vorurteile altes Flugblatt Infinite Skyser ja das ist egal und nochmal Sicherheitsanweisungen und jede Person die sich an der Anlage beziehungsweise auf dem Gelände der Anlage aufhält ist verpflichtet im Gefahrenfall eine Alarmmeldung abzugeben und anwesende Personen zu warnen und dann im weiteren das betreten der Anlage ist nur mit entsprechender Schutzteilung gestartet und schließlich im Notfall bei den Sammelpunkten zusammenfinden und auf Anweisungen der Sicherheitsbeauftragten warten und den Abschluss bildet im Brandfall den Aufzug nicht benutzen welchen Aufzug welchen Aufzug welchen Aufzug da drüben so jetzt bist du aber dran so jetzt bist du aber dran das wäre ein blutrützigen Jacks ich spiele so oi ich sehe dich ganz genau du blöde Drachenechse was machst du jetzt da drüben buddelt sich ein du kannst unterirdisch in meine Richtung wandern du hast dich doch nur wirklich bei weitem nicht hier vorne eingebuddelt du hast dich doch nachweislich hier hinten eingebuddelt hier da hast du dich eingebuddelt und kommst hier vorn aus dem Boden raus das ist aber das ist also wirklich Betrug dieses hinterlistige Viehzeug nun denn hier geht es weiter ich sehe ein bisschen Krankmeldung ein neuer Text Hubert hat angerufen er kommt heute nicht zur Arbeit bitte um Ersatz kümmern hoffentlich geht es Hubert wieder gut ich bin mir ziemlich sicher dass Hubert mausetot ist Pfeile er ist er gehört er ist er ist er ist er ist er ist er ist schick die glasdächer sind neu die fabrikgebäude in edx 1 sie hatten sowas noch nicht hat also könnte man schön lofts reinbauen wenn die statik der außenwände und so weiter ist und das war das letzte große gebäude hier ist aber noch die eisenbahnwaggons ich rechne darf ich wohl nicht damit dass wir eine einen prototypen finden aber wenn wir das tun dann wissen wir jetzt wo wir ihn verwenden können die waggons doch also die lehre ist ein bisschen überraschend aber ich erkläre sie mir damit dass das hier noch ein schauplatz wird später vielleicht zwischen oder bei irgendwelchen gefechten zwischen den es ist soweit ich brauche deine hilfe das war der dir gut dann erkläre ich dir kurz worum es geht du weißt ich versuche menschlicher zu werden dazu gehört zweifelsohne das teilen des eigenen hab und guts aus reinster nächsten liebe und du glaubst dass dir das hilft ist es kompliziert ich weiß da haben wir wieder diese gewisse irrationalität eine maschine und nächsten liebe wie passt das zusammen keine ahnung ich auch nicht darum muss sich versuchen genau das zu provozieren was willst du machen würstchen verteilen das ist eine gute idee so einfach könnte es sein nahrung mit jemand anderem teilen der sie brauchen kann wie bist du nur auf so einen guten einfall gekommen das hat anderswo auch schon mal gut funktioniert du bist leider ein cyborg und du brauchst keine nahrung also kannst du damit auch keine menschliche tat simulieren warum nicht deine gute tat sollte selbstlos sein damit es funktioniert das ist es aber nicht wenn du die nahrung die du verteilt gar nicht brauchst und wenn ich mein fleisch verkaufen und mir so einen vorteil gegenüber anderen verschaffen würde das wäre das gegenteil von selbstlos alles klar dann machen wir das so fehlt jetzt nur noch das fleisch okay besorgt welches damit kenne ich mich nicht so gut aus kannst du mir dabei nicht helfen du willst ich habe doch gesagt dass es also jack hat gesagt es ist doch nicht nicht selbstlos und du willst es trotzdem tun ja gut hier na schön ich werde sehen was ich tun kann zehn batzen rohes fleisch sollten reichen sehr gut ich nehme es entgegen sobald du es hast teils jetzt nehmen wir hier hier hast du deine zehn stücke rohes fleisch sehr gut dann können wir sie verteilen ja und am besten unter den leuten die uns nahe stehen damit es sich auch lohnt wen würdest du empfehlen tja ist ein starker krieger gegen fleisch wird er sicher nichts einzuwenden haben mag sein aber besonders bedürftig sollte er nicht sein wie auch immer wer noch wie wäre es mit den jägern die sich um die versorgung der bastion kümmern moment wenn jemand selbst an fleisch herankommt dann sind es jäger ja aber du ersprach ihnen ein teil ihrer arbeit wenn du ihnen fleisch bringst ah ja und das wäre dann wieder selbstlos nicht wahr du sagst es und nasty naja lassen wir das besser die kugelt ihr vermutlich nur den arm aus das hört sich an als wäre der versuch schon strafbar in ihrem fall auf jeden fall was ist mit fox der ist auch jäger schon aber da erntest du vermutlich nur dumme sprüche das würde dich nur irritieren es gibt bestimmt auch noch eine menge anderer kandidaten aber also meine kampfdrohne ist beispielsweise kein guter kandidat dann kannst du das zeug lieber behalten wer weiß vielleicht ist ja genau das die erfahrung die ich suche ich würde sagen wir nehmen erst einmal die die wir gerade aufgezählt haben das wird schon reichen großartig dann lass uns doch gleich beginnen uns es ist dein experiment das stimmt aber ich weiß nicht ob ich den richtigen ton finde ich hätte bei der aktion dann doch lieber meinen mentor dabei ja klar wie du meinst ich führe dich zu ihnen vielen dank da fühle ich mich doch gleich viel zuversichtlicher okay das mache ich selbst aber vorher binden wir das hier ab also es ist sehr leer ich erwarte hier in der zukunft noch irgendwas weil sonst macht es ja keinen sinn das ding hier gebaut zu haben wir haben hier einen trank des kriegers das ist fein tage des kriegers her damit und gleich wieder die binde gekippt wo bist du inventar stärker plus 1 auf 71 jetzt schön schön da ist alles leer aber ja nicht hallo so war das jetzt alles es gibt noch eine reihe waggons das sieht gut aus da oben noch was es brauche ich selber wo es war lieber gebraten ist eine ratte tut es auch so das war doch gar nicht so schlecht damit können wir das stahlwerk das alte eiswerk erstmal abhaken aber wir müssen mindestens noch einmal wieder kommen nämlich für diesen safe und der war wo war der aber hier irgendwo naja das das merke ich mir so ja dann auch für die bastion wegen dieses experiments tierwerk wurde gesagt ja was gibt es werter herr feldherr ich habe eine mitteilung zu machen mit diesem stück fleisch möchte ich meine ehrerbietung erweisen du leistest einen großen beitrag zu unserer gemeinschaft nimm dies als dank von mir tierwerk nun dann danke gern geschehen und weiterhin noch einen schönen tag hey moment mal was hast du ausgefressen ähm wie bitte du machst das doch nicht einfach so zum spaß also raus mit der sprache was hast du verbrauchen ich habe nein ich wollte schon okay es ist nur ein gesellschaftliches experiment für einen cyborg na dann was auch immer weitermachen ist notiert das war ja ganz einfach gleich noch einmal aber bei einem guten kandidaten wenn es keine umstände macht wenn es dir hilft das ist ein guter kandidat nesty das ist fox den hatten wir ja ausgeschlossen gehst du auch asker mach dir keine sorgen ne der geht nicht bulli okay da kommt schon die nächste pfeife nun ich hätte hier ein sehe ich aus als ob ich käuflich wäre naja ich hatte eigentlich schnauze nun ähm dann tja das verschlägt selbst einem cyborg die sprache ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren lass uns lieber einen besseren kandidaten suchen okay verstanden verstanden und verständlich dass bulli kein fleisch will wo sind denn diese jäger die waren doch du vielleicht äh nein die waren doch immer hier oben in dieser ruine als kaya noch da war eigentlich müssten sie auch im vor sein ach nee mit den jägern ist ja ja ich da ist ja gar nicht kaya sei facher gemeint sondern da unten wo ich mal eingekauft habe die sind gemeint die sind gemeint au gut mit anderen worten du hallo ja hallo du bist jäger richtig und du bist ein kleriker ja ich habe hier ein stück fleisch für dich rohes fleisch das kann ich immer gebrauchen wie viel hast du denn einige was willst du dafür haben ich will gar nichts dafür es ist mehr dafür gedacht dir zu helfen sehr gut dann gib mal her ich werde es später weiterverarbeiten aber moment du kommst nachher nicht angewackelt und willst doch noch was dafür haben oder das letzte was ich gebrauchen kann ist irgendein kerl von oben dem ich ein gefallen schuldig bin ähm ähm nein ich ähm dann ist ja gut vielen dank ja ähm gern geschehen ist notiert ok geht er weiter also geh wieder und verscheuch mir nicht das ganze wild ja 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 ich wollte eigentlich nicht stören ich wollte nur du störst aber also ab ja äh ich hätte da nur verschwinde ähm na gut ja ja wer schreibt diese dialoge oh je äh ja wen kann man denn noch also ich möchte dir nesty echt vorenthalten ganz ehrlich aber guck mal wen die quest noch so vorsieht ein fox nesty und crony tatsächlich du bist ein armes schwein weißt du das naja wir fangen mit fox an ähm ähm ja fox dann nesty und crony ums wieder ein bisschen bisschen ähm sozialer zu gestalten vielleicht es klingt seltsam aber ich glaube das ist gut ach sieh an guten tag herr berserker bist du nicht dieser cyborg aus der burg der kleriker ja richtig ich wollte ja wollte ich auch ähm tatsächlich ja sicher jederzeit wir sonderlinge müssen doch zusammen halten sonderlinge nein ich hatte eigentlich aber sicher doch jederzeit brauchst nur zu fragen ähm ja dann nur keine hemmungen immer raus damit ich wollte nur ich weiß ich verstehe das nur weiter so ja natürlich du machst das großartig so und jetzt habe ich zu tun aber nicht vergessen jederzeit ja sicher schönen tag noch so sieht's aus tja das war zwar okay aber ich denke das geht noch besser ich brauche jemanden der es auch zu schätzen weiß was ich für ihn tue suchen wir einfach weiter gehen wir zum nächsten kandidaten wir haben gerade gesehen dass fox seine hohle birne hat ha 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 äh und er hat ein schönes kaumen zäpfchen oder ja es musst du stark sein nesty also jeder muss stark sein jetzt auch ihr gürlinge was ist werte nesty hättest du vielleicht einen moment was willst du blechdose denn von mir nun ich hätte hier ein ist besser für dich wenn du dich verziehst sonst mach ich dir beine naja ich hatte eigentlich sind deine schaltkreise durchgebrannt du sollst dich verpissen habe ich gesagt nun ähm dann tja das war extrem nennt man das geschmeidig ich hätte schlimmeres erwartet Showny du bist der letzte auf der liste wo bist du denn da irgendwo fliegen geblieben 1 hey ähm 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 Äh, was? Ach, nichts. Alles gut. Aber was habt ihr da gerade gemacht? Das nennt sich numerische Kommunikation. Ähm, und was? Numerische Kommunikation ist der Austausch von Algorithmen, die im Normalfall numerisch verwendet und von Approximation für die Probleme der mathematischen Analyse... Äh, ja, ja, schon gut. Ihr zwei versteht euch offensichtlich. Eins. Ähm, ich meine, ja. Tja, das war zwar okay, aber ich denke, das geht noch besser. Äh, mit wem denn? Bist du jetzt fertig mit deinem Experiment, menschlicher zu werden? Ich denke, ich habe jetzt erst einmal genug Daten gesammelt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie sieht's denn aus mit deinem Fortschritt? Ihr Menschen würdet sagen, eher durchwachsen. Es gibt für mich bisher keinerlei Regel, nach der ich jetzt voraussagen könnte, wer von den Kandidaten positiv auf mein Geschenk reagiert und wer nicht. Ich fürchte, ich habe immer noch viel zu lernen und noch eine Menge Hürden zu nehmen. Hm? Na, dann bin ich ja mal gespannt auf deine nächste Hürde. Ich auch. Bis dahin werde ich erst einmal die Daten auswerten, die ich gesammelt habe. Ja, sehr schön. Huh, so. Damit haben wir doch wieder was geschafft in der Episode und ich möchte noch mehr schaffen, denn ich werde jetzt den Treibstoff ins Tratpack einfüllen. Immerhin drei Kanister haben wir gefunden. Und dann werde ich mal noch versuchen, ob ich nicht doch langsam mal hier auf das höchste Hochhaus in Thomson Town komme. Und wenn ich das schaffe, nehme ich euch gleich dazu. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werdet ihr das auch erfahren. Also, bis gleich. Naja. So einfach geht das. Und ich bin gespannt, ob wir hier oben überhaupt was finden. Ich befürchte ja, dass hier gar nichts ist. Hm? Wie befürchtet. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ah doch, ein bisschen was ist da. Immerhin. Ein Trostpreis. Exitbeutel, Ventilator, Aridium. Hier oben zu stehen ist wirklich einzigartig. Oh. Selten konnte ich in einem Moment so viele Eindrücke gewinnen. Ja, ja, ist schon klar. Und ich konnte selten eine Waffe mir unter den gierigen Nagel reißen, die Donnerschlag heißt. Und was bist du eigentlich für ein Ding? Na ja. Auf dem höchsten Hochhaus von Thompson Town habe ich dich gefunden. Den Marker kann ich jetzt löschen. Wir gucken uns das Ding gleich an. Ja, wo ist jetzt eigentlich dieser komische Tresor von diesen Banditen, deren Nachrichten wir in ganz Thompson Town gefunden hatten? Habe ich den Tresor übersehen? Habe ich den auch so gesehen mal geknackt? Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, denn ich bin ratlos. Aber immerhin, ich bin jetzt waffenreicher als vorher. Was ist Donnerschlag für ein Ding? Es ist eine Fernkraftwaffe. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie... Hm. Ja. Das hier macht ordentlich Schaden. Ah, das ist eine Schrotpatrone. Ah, das ist gut. Geschicklichkeit, Stärke sind kein Problem. Wir können sie leider nicht sockeln. Hm. Aber verglichen mit dem Lasergewehr macht sie ja... Also das macht 170. Und das macht 313. Das ist offentlich mehr. Da würde ich ja fast sagen, wir nehmen das Lasergewehr jetzt mal weg. Ich nehme das da hin. Wie viel Schrot habe ich eigentlich? 267. Das ist nicht viel, aber mehr habe ich bisher nicht gesammelt. Wie das Ding aussieht. Das hat vorne irgend so einen Schädel auf dem Lauf. Irgend so einen Kaninchen-Schädel. Ja, Pech haben wir einen Katzen-Schädel. Na ja. Ja, das ist gut gegen Flatterviecher. Dann werde ich jetzt noch ein paar Schrotpatronen kaufen. Wo war denn das? Bei dem... Ja, bei dem Schmied in der Bastion. Da gibt es ja alles, was ich brauche. Das mache ich noch oft. Und dann geht es mit der Erkundung von Caracas. Nee, Atheris weiter. Ja. Das haben wir jetzt. Hier waren wir auch schon. Heißt also, wir werden uns hier diesen See angucken. Diese sehen das alles rundherum bis zu dem Fluss. Vielleicht auch den Kratersee weiter umrunden. Und als wir da mal weiterkommen hier. Vielleicht entdecken wir da schon auch irgendwo Crane. Der ist ja in eine Hütte in den Westen gezogen. Es könnten die beiden sein. Aber vielleicht auch hier oder da. Das werden wir dann sehen. Ja, also. Das kann übrigens auch weg. Mit der Erkundung von Atheris und natürlich auch nach einer Nachtruhe dann der nächsten Gefährten-Quest von Falk geht es weiter im nächsten Teil. Bis dahin.